Ja, hallo. Mein Name ist Benedikt. Ich komme von der Gay City Soli-Party und das ist... Mein Name ist Thorsten von Team Behinderter vom Bremer Bremerhavener CSD. Ja, und wir sind heute hier, weil wir eine Verlosung mit dem Shop-Anlauf starten hatten und der ging bis heute um den 25.08. bis um 17.59. Und die letzte Bestellung kam heute um 16.71 rein, aber 71 wäre auch richtig gewesen. Und ja, heute machen wir halt die Fahrlose und die drei Tickets für die Gay City Soli-Party After-Jean-Party. Und ja. Ja, also jetzt sind wir hier, Thorsten und ich. Und wir haben die ganzen Bestellnummern von den fleißigen Bienenchen, die heute generell diesen Shop in dem Shop für und mit und ohne Behinderung ein CSD und Pride Merch kriegen. So kriegt man die hier auch, diese tollen süßen Kärtchen und auch solche süßen Bändchen. Also schön. Und jetzt machen wir drei Lose. Dann haben wir einmal die Nummer 1077. Das ist die Liebe oder der Liebe. Die Yvonne aus Bremen. Die Yvonne aus Bremen haben wir schon mal. Und dann die nächste oder der nächste will heute nicht mehr. Feierabend. Dann haben wir die 1095. Das ist der Arnold, auch aus Bremen. Und jetzt so last, not but least. Und dann haben wir die letzte Zahl, die 1009. Das ist der Kevin aus Bremenhaven. Herzlichen Glückwunsch. Wir sagen Danke. An die Leute, die mitgemacht haben. An die Leute, die mitgemacht haben und an die drei Gewinner. Ja, wir sehen uns in dem Club Amelie am 27.08. 22 Uhr beginnt. Und in ehemaligen Moments. Es ist die Aftershow-CSD-Party. Woh! Woh!